Der Jungbrunnen wie auch die Quelle der ewigen Jugend und die Quelle des ewigen Lebens sind sich oft überschneidende mythische Vorstellungen von einem Gewässer, dessen Wasser dem, der es trinkt, ewige Jugend oder ewiges Leben verheißt. Ursprung Die Suche nach der Quelle der ewigen Jugend wird bereits im Alexander Roman geschildert und fand unter anderem hierüber im Orient wie im Oktzident. Verbreitung Der spanische Konquistador Juan Ponce de Leon suchte auf seiner Expedition nach Florida 1513 vergeblich nach dem verheißenen Jungbrunnen. Möglicherweise folgte er dabei Gerüchten von einer Insel Bimini, auf der sich ein Brunnen der Jugend befinde. Jungbrunnen in der Kunst Der Jungbrunnen ist der Titel eines Gemäldes von Lucas Carr nach dem Älteren von 1546. Das Bild stellt ein Bad dar, in dem von der einen Seite gilterte Frauen ins Wasser steigen, das sie auf der anderen Seite verjüngt verlassen. Das Werk befindet sich in der Gemäldegalerie Berlin. In der Burg von Manta im Pimont ist ein großflächiges Fresko eines Jungbrunnens aus dem 15. Jahrhundert zu sehen. Hans Sachs schrieb ein 1557 Dekasekunden Gedicht der Jungbrunnen. Die Suche nach dem Jungbrunnen ist auch in der Popkultur ein beliebtes Motiv, etwa in den Abenteuerfilmen Die Jagd nach dem Jungbrunnen, Pirates of the Caribbean, Fremde Gezeiten, Orson Welles Fernsehserie The Fountain of Youth oder dem Computerspiel Indiana Jones and the Fountain of Youth, Umgangssprache. Jungbrunnen im übertragenen Sinn sind Erlebnisse, Gegenstände oder Verhaltensweisen, die einen Menschen sich jugendlich oder jung fühlen lassen. Referenzen, Castello de la Manta, Besseres Bild, HTTP, Gutenberg, Spiegel.